Sprache hat mich schon immer fasziniert. Die ersten Gedichte habe ich eigentlich meiner Mutter diktiert, da konnte ich noch nicht mal schreiben. Und seither habe ich im Grunde immer geschrieben, vor allem Gedichte, vor allem Lyrik. Der größte Teil der Arbeit findet ja im Unsichtbaren statt. Also die Zeit am Computer ist ja wirklich nur die Spitze des Eisberges. Hauptsächlich ist Schreiben für mich die tägliche präzise Auseinandersetzung mit dem Leben, der Versuch einen inneren Reichtum anzusammeln. Der Versuch, das was einem begegnet und zwar in sich selber, beziehungsweise was von außen an einen herangetragen wird. Dass man sich damit wirklich auseinandersetzt, dass man damit nicht schlampig umgeht mit dem Erlebten, mit dem Erträumten, mit dem Fantasierten, mit dem Erdachten, mit dem Gelesenen und dass man die Kraft aufbringt, diese Dinge in sich selber präsent zu halten. Also es war im Grunde so, dass ich das Glück gehabt habe, dass ich ja meiner Hauptfigur begegnet bin. Dass sie sozusagen eines Tages in meinem Leben stand, als ich 13 Jahre alt war, stand sie in der Landarztpraxis meines Vaters und war damals total verschleiert. Und meine Mutter hat gesehen, in welcher Notsituation diese Frau ist und dass sie unter ihrer Verschleierung vollkommen blau geschlagen ist und hat dann ganz langsam und sensibel eine Beziehung aufgebaut zu dieser Frau und war auch mit ein Impulsgeber für ihre Emanzipation. Es war mir ganz wichtig, mich so tief wie möglich in die Figur zurückzuziehen. Also ich wollte auch nicht aus ihrer Person erzählen, nicht aus ihren Haltungen, nicht aus ihren Meinungen, sondern wirklich aus ihrer Seele, ihrer Seelenzustände beschreiben. Weil ich einfach glaube, dass man in der tiefsten Seele, wenn man auf die archaischen Muster stößt, dass darin im Prinzip die Möglichkeit liegt zur Empathie. Es hat natürlich einen kulturellen Hintergrund, einen atmosphärischen kulturellen Hintergrund, aber hauptsächlich ist es doch eine sehr archaische Geschichte, nämlich einfach die Geschichte einer Gewalt, eine häusliche Gewalt zwischen Mann und Frau. Im Grunde ist sie in der Psyche verortet und weniger geografisch und sie kann sich unabhängig von geografischen Gegebenheiten oder über alle Grenzen hinweg im Grunde überall dort abspielen, wo ein Mann glaubt, das Recht über eine Frau zu haben und die Frau auch von diesem Mann abhängig ist. Deine Folge